hallo leute ein neuer tag ein neuer glitsch und das ist ein richtig herrlicher xp glitz fürs wochenende also der ball hat noch mal richtig gut rein also dafür könnt ihr ruhig mal den like button abknallen weil der glitsch der bringt echt extrem viele p dafür dass sie absolut gar nichts machen müsst und es kann wirklich jeder umsetzen also es ist absolut keine große kunst aber ihr müsst halt leider war sound dafür spielen weil im dmc geht es leider nicht also da habe ich saug getestet aber da geht es leider nicht also ihr geht ganz normal in war sound spiel rein und als erstes schnappt ihr euch mal so viele stims wie möglich die findet ihr eigentlich so gut wie immer in den badezimmern an den wänden hängen so schränke und in den schränken sind eigentlich so gut wie immer stims drin davon schnappt ihr euch jetzt so viele tragen könnt in war sound könnt ihr hier die stims auch an der box kaufen aber ich habe es jetzt nicht an jeder box gefunden also guckt am besten in den wandschränken da sind eigentlich immer welche so und jetzt müsst ihr nur noch chillen und auf die zone warten weil wenn die zone kommt geht ihr kurz in die zone rein gebt euch ein stimshot und schon habe ich 500 dp und das war die erste zone guckt mal hier jetzt bin ich in der zweiten zone und da kriege ich jetzt schon 600 dp und wartet ab es wird noch viel besser hier bin ich in der dritten zone und jetzt sind schon 700 dp als ihr seht das geht immer höher je höher die zone geht in der vierten zone sind schon 864 pro stimshot und in der fünften zone ballert es dann richtig rein hier mit über 1000 dp pro stimshot und ich hätte ja echt gern noch getestet wie viel es in der letzten zone gibt aber dieser drecksack hier hat ja genau gewusst wo ich bin und hat mich eiskalt wegrasiert also ihr schnappt euch so viele stims wie möglich am besten großen rucksack voll mit 20 25 30 stims geht am besten dann in die fünfte zone und ballert euch die alle rein je höher die zone desto mehr ep habt ihr jetzt gesehen und jetzt passt auf jetzt kommt noch das allerbeste fragt mich nicht warum aber es ist noch in dem sinne irgendwie verglitscht dass die stims noch mal vier gezählt werden die ep und deswegen ballert sie richtig rein ich habe im ganzen spiel absolut gar nichts gemacht außer mir acht bis zehn stims rein zu hauen und ob 50.000 ep bekommen und 10.000 waffen ep und ich habe ja schon beim ersten und zweiten kreis angefangen um das zu demonstrieren und da gab es ja nur die hälfte an ep also wenn ihr da 20 25 stims habt im fünften kreis seid euch die alle rein haut dann kriegt ihr locker 100.000 ep locker also leute das ist der wahnsinn also glaubt mir einfach macht es auf jeden fall weil jetzt ist fünf uhr morgens und ich bin ganz alleine deswegen ich habe gerade keine lust das noch mal zu machen und jetzt pennen aber glaubt mir mit 20 25 stims haut euch das alles rein ihr kriegt locker 100.000 ep das habe ich auch schon bei anderen youtube angesehen und so also macht es schnell ist das ganze wochenende doppel ep also das lohnt sich wirklich deswegen leute wenn es euch geholfen hat lassen aber unten leichter und ich wünsche euch ein schönes wochenende aber ich werde heute kommt sowieso wieder ein neuer glitsch raus und ihr hört mich bestimmt noch mal am wochenende alles klar haut rein peace